Hallo, liebe Horrorfreunde, ich bin euer MrWennel1974 und ja, der November to Remember wirft seine ersten dunklen, nebligen, gefährlichen und düsteren Schatten über uns alle. Hui. Ihr könnt jetzt eure erste Entscheidung machen. Ich versuche, dass ihr dieses Video an einem Montagabend habt und dann könnt ihr bis Freitag, was weiß ich, mal bei 0 Uhr, das ist relativ einfach. Entscheiden, welcher der beiden Charaktere in diesem LP dann auch zurande kommen, gibt gleich noch eine Vorstellung von den Charakteren, keine Panik, dann würde ich an dem Wochenende dann auch anfangen, Alone in the Dark 1, 1, 1, 1, Hashtag 1, 1, 1, auch aufzunehmen, beziehungsweise auch dementsprechend dann versuchen zu let's playen und dann werde ich das dann versuchen auch relativ aktuell zu halten. Wie lang das ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, zwei, drei Stunden war es, glaube ich, aber so wie ich mich anstelle, wird es wahrscheinlich eh länger dauern. Das ist das erste 3D-Survival-Horror-Game aller Zeiten. Das war der Ursprung von allem. Ja, ohne das Ding, kein Silent Hill, kein Resident Evil, ist einfach so. Ihr werdet das sehen, das hat seine Macken, ist aber aufgebaut eben wie ein Adventure, deswegen passt das ganz gut. Und ich habe es ja auch schon mal 20 Mal angekündigt, dass wir es machen. Und jetzt stelle ich euch mal die beiden Charaktere vor. Also die Leute, die sich mit der Serie auskennen, die werden einen Charakter definitiv wiedererkennen. Und vielleicht werden sie ihn präferieren, vielleicht präferieren sie aber auch den anderen Charakter. Fangen wir an mit Emily Hartwood. Und die stellt sich jetzt selber vor. Denn das ist die CD-Fassung. PC und CD-ROM, da war mal was. Ich leg mal los. Der Brief des Notars traf mich wie ein Blitzschlag. Mein Onkel Jeremy hatte sich umgebracht. Er hatte sich im Dachboden erhängt. Zuerst maß ich den Gerüchten keine Bedeutung bei. Doch nach nüchterner Erwägung der Tatsachen wurde mir klar, dass der Keto ihn zu dieser Tat veranlasst haben musste. Dieses alte Haus mit seinen unzähligen Märchen, der Geheimtür in der Bibliothek, der alten Pendeluhr im ersten Stock, den okkulten Büchern, die mein Onkel trotz seiner schwachen Nerven las. Der Keto hatte seinen Zoll gefordert. Ich weigerte mich, das Gut zu verkaufen, entgegen den Ratschlägen McCorffees des Familiennotars. Jetzt, wo ich weiß, dass ich dorthin gehöre, werden alte Erinnerungen wach. Ich muss die Kraft finden, durch die endlosen Gänge zu streifen, die Zimmer zu besichtigen, wo ich meine ersten Freuden, meinen ersten Kummer erlebte. Ich bin überzeugt, Jeremy hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich kann ihn noch sagen hören, sieh dir das Klavier an, schau genauer hin. Vielleicht liefert mir das Geheimfach des Rätsels Lösung, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Jeremy zitierte oft Shakespeare, es gibt mehr Geheimnisse zwischen Himmel und Erde als in der ganzen Philosophie. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Der Keto ruft mich. Gebe der Himmel, dass meine dunklen Vorahnungen nur Einbildung sind. Jeremys Vermächtnis ist mir heilig. Er konnte unmöglich verrückt sein. Aber warum hat er, wie es im Polizeibericht steht, das Fenster mit dem Kasten verstellt? Na, wenn das mal nicht ein Spoiler ist, ne? Aber da vielleicht einen kleinen Satz rein. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Es ist sehr Shakespeare-orientiert, also sehr, auch was Literatur angeht, es spielt so, glaube ich, 1920, so ungefähr. Hat auch eine Menge von A.G. Geiger, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und hat auch natürlich unglaublich viel von H.P. Lovecraft. So, jetzt kommen wir zu Figur 2. Und da werden wahrscheinlich die meisten sagen, hey, Moment, den hat ja selbst der Boll in seine Filme gebracht. Hat er. Ich glaube, das war Christian Slater, glaube ich. Also nur so mal, damit ihr wisst, der Boll kann auch super casten. Das ist Edward Canby. An meiner Tür hängt ein verwittertes Schild mit der Aufschrift Privatdetektiv. Meine Freunde nennen mich Canby. Alle anderen, auch mein Bankier, nennen mich Reptil. Seit geraumer Zeit öffne ich meinen Briefkasten nicht mehr. Rechnungen, Mahnungen. Darum verlor ich keine Zeit, als mich Gloria Allen, eine Altwarenhändlerin, zu Hilfe rief. Ich warf mich in Schale und begab mich zu ihrem Laden, mit meiner 38er in der besten Tasche. Ich dachte an irgendeine schmutzige Erpressung. Weit gefehlt. Ich sollte ein Haus namens der Keto besuchen und meine Augen gut aufsperren. Die Dame wollte um jeden Preis ein Klavier, das sich auf dem Dachboden befand. Eines dieser alten Dinger mit Geheimfach, für das Snobbs gern ein Bündel 50er hinblättern. In dieser Bude soll es von Altertümern nur so wimmeln. Möbel, Bücher. Ich war sofort im Bilde. Der Ketoserbin war drauf und dran, all ihres Guts beraubt zu werden. Ich murmelte was von Honorar, als sie mir schon 150 Dollar und einen Schlüssel aushändigte. Ich bin zwar kein Arsgeier, aber ich steckte alles ein. Mein Bankmann würde sich freuen. Ich las eine Kopie des Polizeiberichts. Der ehemalige Inhaber Jay Hartwood hatte sich auf dem Dachboden erhängt. Aus Wahnsinn, so der Gerichtsmediziner. Ich versprach Gloria, die Bruchbude auf den Kopf zu stellen. Mein Bericht ist in ein paar Tagen fertig. Ich habe enorm geschmökert. Der Ketos Geschichte hätte einem Totengräber das Fürchten gelehrt. Wahnsinn, Fluch, Morde. Aber mich lässt so etwas kalt. Endlich mal ein cooler und zudem noch einträglicher Job. Ja, und nun könnt ihr wählen. Ich bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren reinhaut. Also wir hätten einmal hier Emily Hartwood oder Edward Canby. Entscheidet sich nur ein bisschen marginal, welche Figur man nimmt. Also ich glaube, den Lösungsweg betrifft es nicht. Ihr habt dann halt nur andere Voices. Ich glaube, ein bisschen die Texte manchmal anders. Aber das ist so marginal. Da braucht man also keinen zweiten Playflug machen. Ihr entscheidet das jetzt. Und dann mache ich euren wichtigen, großen Diener und tue das, was ich am besten kann. Nämlich euch mal eine gute Unterhaltung bieten. Also jetzt Alone in the Dark 1. Es wird real. Damn real. So, wählt. Wir sehen uns. Noch angenehme Träume.